Na also, ich würde dich morgen so gegen 7.30 Uhr nur dazwischen abholen. Hallo, wir sind los, wir sind wieder zu spüchen. Nein. Was haben wir für ein Problem? Marja geht mir in einen sch***te Account rein und f*** mich ab, ey. Reine, die ganze Zeit ist dir egal, ey. So, wir sind gerade auf dem Weg auf die Enduro-Strecke Richtung Magdeburg irgendwo. Ich weiß zwar nicht genau wo, ich fahre gerade nur Marja hinterher, die vor uns im Auto fährt. Hinter uns fährt noch Lennart, bei mir sitzen hier noch Kai und Marc. Ja, Theresa ist auch noch am Start, meine kleine Schwester heute. Und mal gucken, wie das wird. Ja, wollten eigentlich um 10 da sein, wir haben es jetzt 11. Wir brauchen noch eine gute Stunde dahin. Also, ich würde sagen, wir sind sehr gut in der Zeit. So, zwei Stunden zu spät. Ja, dementsprechend ist meine Motivation gerade ziemlich im Keller irgendwie. Ziemlich genervt davon. Aber Wetter ist schön. Wettgeil. Wettbewerbschen! Ja, solltest du noch ein bisschen. Dann mal Knackenrücken gemacht. Da wird schon ein Bier getrunken. 20 nach 12? Ja. Ja? Kannst du schon? Ja. 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 Musik Leute, Leute, die Bremse durch die Bremse. Okay, alles gut. Ich mach das schon mal. Jetzt noch was schieben. Pass auf mit meiner Karre. So, warte. Steht, passt. Zumachen. Du hast noch Haare auf deinem... Fährst du das denn überhaupt? Wollt zusammen nur rum. Was? Das hat ja nicht mal mit Angst zu tun. Das ist ja reine Angst. Hä? Das fetz ich. Voll in die Putze reingepreten, Alter. So, jetzt mach mal hier. Ich liebe dich. Schatzi, was ist das denn? Ein Auto? Ich liebe dich. Schatz, Motorrad. Alle gefahren. So, fertig mitfahren. Mopets eingeladen. Und jetzt nach Hause noch schnell was essen, tanken. War sehr gutes Training auf jeden Fall. Hat geschockt. War ein super früh da heute. Überhaupt nicht spät. Dank dir. Dank mir? Ja, ja. Freundchen. Dir wär zu lange gebraucht. Ich ne. Digga, dein scheiß Auto ist nicht angesprochen. Kurz. Aber danach musst du zwei Stunden dein Moped noch einladen. Kurz. Kurz. Sie ist schuld. Ende. Ich nix zahlen. Wie ein Euro und eine Rosebitte. Und ein Kontoauszug von der Sparkasse.